Kompanija Weglova S.A. war ein polnischer Kohlekonzern mit Hauptsitz in Katowice. Er beschäftigte 62.800 Personen in 16 Zechen sowie 5 Betrieben. Jährlich konnte er 53 Millionen Tonnen Kohle fördern. Die Tagesleistung betrug 193.000 Tonnen Kohle. Nach Angaben des Unternehmens war es das größte Bergbauunternehmen Europas. Es war in staatlicher Hand und gliederte sich in vier Förderzentren. Gewerkschaften. Bei KW gab es 177 Gewerkschaften, für deren Unterhalt der Arbeitgeber jährlich 20 Millionen. Silotti bzw. 6 Millionen Euro aufwenden muss. Die größte davon gehört zum Gewerkschaftsbund NSZZ Solidanusk. 25,5 Prozent der Belegschaft bzw. 16.100 Personen sind Mitglied der Gewerkschaft. Aktuell ist seit Dezember 2007 führte ein aus elf Gewerkschaften bestehendes Streikkomitee einen Arbeitskampf um höhere Löhne. Ein Streiktag brachte dem Konzern 43 Millionen Silotti Verlust. Bis 2015 will der Konzern 6,5 Milliarden Silotti investieren. Nach längeren Verhandlungen zwischen Wirtschaft, Politik und Gewerkschaften hat man sich entschlossen, zum 1. Mai 2016 den Konzern aufzulösen und an seine Stelle die Polska Grupa Gornets A treten zu lassen. Diese hat von den ursprünglich 16 Zechen Elf übernommen. Die anderen wurden teils an die Weglokox S.A. in Katowice abgegeben, teils durch die Spolka Restrukturi 6G Kopalen S.A. stillgelegt. KWK Brescht wird jedoch nach einer Übernahme am 19. August 2015 durch den Energiekonzern Tauron Polska Energia weiter betrieben. KWK Brescht wird jedoch nach einer Übernahme am 19. August 2015 durch den Energiekonzern Tauron gelegt. KWK Brescht wird jedoch nach einer Übernahme am 19. August 2015 durch den Energiekonzern Tauron gelegt.